recht herzlich willkommen zur folge nummer 91 von starvector mit dem mod ironclads so wir sind wieder im spiel schauen wir mal wo wir sind in der nähe von le monos auf da wo unsere station ist und zwar dort unten dann fliegen wir doch da mal auch gleich hin und da unten sage ich aber wir fliegen nicht nach unten naja ok kriegen wir schon hin da ist er angekommen cargo entladen alles rüber geben die mineralien und wir nehmen die industrial equipment und die lotech komponente kurz da müssen wir noch ein bisschen nachlegen aber nicht von hier das in unsere eisernen reserven das war es dann hier denke ich und zurück zur station da oben da können wir dann noch was einkaufen schauen wir mal da ist ein kleiner pirat und wo ist die station da kommt er ok was können wir verkaufen industrial equipment machen wir mal zur ungefähren hälfte wenn wir ein bisschen geld haben passt disconnect und bei da müssen wir jetzt nachlegen aber wie lange 80 immer ich mal so 120 schätzen brauchen mal hier muss auch noch ein bisschen nachgelegt werden 180 müsste reichen oder so und förmung war dann war das hier alles da können wir raus und schiff kaufen oder so hier unten wäre noch großer können wir uns sogar nicht leisten nur 46 43 und verkaufen können wir auch was aber das ist jetzt nicht so interessant denke ich das war es dann hier raus und lief und zum sprungtor das ist dort fliegen wir da mal hin flotter ok da rein und das ist dem da oben fliegen wir dann hin da kommt schon warum geht das nicht komisch dann fliegen wir erst dahin jetzt geht es komischerweise ok gut auf den weg müsste eigentlich ich müsste eigentlich mit dem fuel hinkommen oder es rennt ziemlich schnell runter aber ich meine es müsste reichen das war eine große flotte da ist das system oder gut gut ach so wir müssen einmal dahin sonst kommen wir da nicht rein das brauchen wir nicht mehr sehen das kann weg jump in und ein bisschen mal raus so ein bisschen eine stupe weniger so ist doch gut da fliegen wir jetzt hin als erstes dann transferieren war die sachen alle ok und dann nehmen wir das an uns auch gut dann confirm und raus hier und gleich direkt zur nachbarstation gut was können die hier gebrauchen nix die wollen uns nur exotische mineralien verkaufen und dann da nicht dann dahin wir brauchen ja dieses hier so da haben wir genug von sollte man das hier verkaufen was ja ich denke mal schon noch und hören das darüber ich glaube da kann man mehr verkaufen und für einmal jetzt 40.000 ok und dann raus hier lief und wir haben hier noch eine waffenfabrik klar oder sowas nä irgendwo war doch hier was oder und da kommen fliegen wir da erstmal hin und dann kommen wir weiter so ein militärischer ausposten war da oder equipments werden schon wieder gemacht dann müssen wir gleich nochmal zurückfliegen glaube ich nochmal einladen so da wollten wir hin weil wir haben ja auch noch die gehen wir erstmal hier hin ne haben wir gar nicht ich dachte wir hätten hier was gekauft da habe ich mich wohl vertan ok karte und wir gehen da nochmal hin weil da gerade nochmal so viel produziert wird lohnt sich ja dann doch das vielleicht mitzunehmen da ist unsere station das sind nämlich doch einige sachen die wir da haben ne low tech komponenz die müssen wir mit ne die sind hier zu lang und die ja jetzt komme ich schon ganz durcheinander so rum muss es sein jetzt passt es wurde hier nicht auch fuel gemacht komisch ok sprungtor ist da gleich um die ecke fliegen wir hin da rein und dann da wieder hin gut was wird wo produziert um system oder dran vorbeifliegen und wir müssten eigentlich bis lesen auf kommen da ist es doch so da eingesprungen und da erst mal hin da gab es jetzt auch fuel no tech komponenten und da gab es fuel so die produzieren das hier und das hier so wir haben wieder kein Sprit mehr das heißt fliegen da einmal hin und da müssen wir tanken alles gut da ist die station da rein industrial equipment wollen die hier kaufen machen wir auch mal ein bisschen dann gehen wir da raus und da rein und dann müssen wir hier was kaufen passt confirm auch gut special offers nix lief karte sprungtor und dann da hin das sieht gut aus sieht gut aus supplies haben sie diesmal gemacht das machen die wohl immer abwechselnd gut dann geht es da hin gut dann geht es da hin ja outpost und officers da geht nix schade so wie sieht es aus 140 130 110 190 80 70 60 und da ist das system schon da einsteigen dann fliegen wir dahin so eine automatische station naja da kann man wieder sachen abliefern die brauchen das die brauchen dass wir brauchen dass diesmal klappt es aber gut okay dass darüber und das dahin auch schon voll gut confirm notieren war und jetzt haben wir genug ok da raus da rein und da verkaufen da kann man nur kaufen das kann auf jeden fall alles weg das verkaufen bis 100 das können wir bis 300 verkaufen oder machen wir so confirm dann hier raus so können wir lieben sprungtor aufsuchen da ja und dann würde ich aber auch sagen soll es für die folge schon wieder reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss ich ja Untertitelung des ZDF, 2020